So, weiter geht's. Ich hab' mich geheilt. Boah. Alter! Reicht's aber langsamer. Ey, ich drücke F und der wirft die Granate dieser blöde Scheißkack hier. Da krieg ich doch grad die Hemos bei. Mann, Mann, Mann! Leckt mich doch alle fett hier die Scheißdrohne raus. Oh, da ist... Alter! Noch eine Flash. Wie sollen alle down gehen? Wie sollen alle down gehen hier? Schön in der Hocke bleiben, Manni, sonst sehen sie dich. Da kommen sie, die kommen. Noch einer. Bin voll blind. Hab's. Da kommt noch einer. Bin tot. Hab' ihn. Nein, nein! Verdamm' ich noch mal! Unzugenäht! Habe ich jetzt aber gut aufgeräumt. Habe ich vielleicht 5 oder 6 Kills hintereinander gemacht, ohne zu sterben. Jetzt hätt' es aber gut die mit 42 Schuss gebraucht, ne? Hab dich, ja. Ach so, hattest du. Drohne ist wieder raus. Drohne ist wieder raus. Drohne ist wieder raus. Hab' ihn. Noch einer. Auaauauauau! Hab' ihn! Sag' ich kann ihn nicht töten. Nein! Da war noch einer! Ocholoy! Sniper, der guckt da jetzt und da brauchen wir nicht mehr lang gehen. Ne, lass mal irgendwie versuchen hinten rum, Andi, die käsen uns jetzt gerade hier übelst ein. Ja. Nein, ey, da liegen diese scheiß... Ich kriege echt gerade hier Hämorrhoiden. Ich komme nicht beim Spawn, ich laufe lieber zu dir, aber ich schaue noch. Andi, ich bin oben. Mann, das kann doch gar nicht sein, ey. Ich kriege doch hier gerade die Affenschleuder am Brennen. Man hat den Daun da. Jawohl. Hast viel. Ich kann nicht zoomen. Kommt, schieß noch da im Haus und auch noch drei. Bin gleich bei dir, Lauf. Vorsicht auf die Minen machen, falls sie über hier liegen. Ja, ich brauche Heal. Ja, bleib stehen, dann ist doch Heal. Hinter uns. Ja, Daun. Ach, diese fucking K.E.s, ey. Scheiße. Bis zum nächsten Mal. So, und da sind wir wieder zurück. Schwierige Map. Gerade Zentrale, sehr angreifbar. Ach so, das was wir gemacht haben, was ich und Andi gemacht haben, sind, wir spielen jetzt immer mit deutschen Soldaten und halt, ich spiele weiterhin mit der Klasse halt, mit der Waffe ganz normal, AK von den Russen. Mit Speer und russischer Waffe. Genau, und die russische Waffe. Deutscher Speer mit russischer Waffe. Das ist Wahnsinn. Da kommen sie. Da habe ich eine Flash. Andere Seite habe ich auch noch eine Flash. Und noch eine Flash nach rechts. Und da ist einer. Ja. Der Sniper hat die eine Seite zugemacht. Granate. Oh, Granaten. Scheiße, Alter. Diese scheiß Splittergranaten, ne? Ja. Bin gleich da nichts machen. Ja. 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 Raven kommt. Alter. Die sitzen doch nur die Gegner und campen mit ihrer asozialen Sniper. Das geht einem so auf die Nüsse. Ja. Und wenn das so weitergeht, ja, dann werde ich irgendwann einen Server mieten und dann werde ich die Scheiße ausstellen. Echt. Die versauen das ganze Spiel. Hey. Alle haben Sniper, das gibt es doch nicht. Scheiße, Andy. Von da, wo ich geschossen habe, da sitzen sie auch zwei, drei. Ja, ich sehe ihn, ne? Bleib mal da. Ich nehme mal HE-Klasse. Das müsste Speer sein, ne? Ja, Special Ops, genau. Bin gleich wieder da. Bis irgendwie so bleib... Scheiße. Boah. Das ist ein Kanonier. Mit fette Rüstung an. Los, lass mich mal in der Mitte spawnen. Ja. Komm, lass mich bei dir spawnen. Ich hab da jetzt HEs, Mann. Jawoll. Friss die HE, du scheiß Skiper, Junge. Wir haben noch eine Flash. Ja. Nein! Jetzt hier Gas. Wir müssen einfach Mitte halten, Andy. Konnte einen Schritt vorgehen. Und bin tot. Ja, wir müssen einfach nur Mitte halten, Andy. Ja. Und auch, was in der Süden bitte nicht eingenommen wird. Ja. Ja, voll. Zwei Stück mit der HE. Nice. So geht das. Flash. Radarstörer. Da ist noch einer. Ja, die sehen dich jetzt nicht mehr. Jetzt ist Schluss. Und hab ihn. Von der Mitte kommt. Da hab ich wieder Signalscannen. Warte. Von da hinten liegt einer. Andy, da liegt ein Sniper, wo du guckst. Ja. Wuh. Switchblade. Ja, jetzt gleich fliegen natürlich nur noch Switchblades. Ja. Beweg mich jetzt nicht. Ich warte auf dich. Ja. Boah, zwei Stück rechts hier um die Ecke. Ja, übertroffen. Alter. Die kriegst du nicht. Echt nicht. Ich hab jetzt auch keine HE mehr, ey. Links von dir noch. Boah. Alter. Jawoll, hier mit der Pistole, Alter, knall ich einen Headshot nacheinander. Nein, und jetzt kommt so ein fucking Mörser, Alter. Leute, Mann, ich fass es jetzt ja wohl nicht. Das war doch so übelst geil. Ja, das war so absolut. Jetzt hab ich aber Mörser. Jetzt werden sie fressen, Alter. Jetzt hab ich die Schnauze voll. Lass mich weiter. Ich hab noch gar nichts. Krieg irgendwie auch nichts. Los, Mörser. Ah, zu weit da oben angesetzt. Nein, ey. Ah, F-88 an die Rock. Jawoll, hab ich. Hast Nachschub. Radar hab ich schon wieder. Au, hinter uns. Bleib stehen. Ah, da steht oben einer drin. Und einer kommt hinter dir her. Hey, der ist nicht tot. Ich hab aufgeregt geschossen, weil er tot war, sein musste. Wahnsinn. Aber da hat sich natürlich die 42 Schuss in Munition ausgesagt. Da halt. Aber jetzt wird Süden natürlich eingenommen. Jetzt, wo wir es geschafft haben, Norden einzunehmen. Fast. Ja. So ist nun klar. Alter. Ich komme zu dir, Andy. Hier oben, das ist scheiße. Da macht man seine ganzen Steps kaputt. Jetzt bin ich auch mal so ein kleiner Ego. Wo ist der? Da hinten verkümmeln die sich, ey. Verlieren mittleren Rektor. Mittleren auch jetzt verloren. Jetzt haben wir verloren. Jetzt haben wir nichts mehr. Ich nehme gerade zentrale, äh, südlich wieder ein, Andy. Radarstörer erstmal hinstellen hier. So. Ich komme zu dir, Andy. Bin gleich da. Ich hoffe, dass ich jetzt heile durchkomme. Ja. Radar fällt aus. Hast du auch die Klasse gewechselt? Jawohl, HE. Und noch eine HE. Jetzt nehme ich sie mit, die kleinen Arschlöcher. Nein, kein... Äh, Switchblade. Äh, Drohne. Jo, hau raus. Ich bin down. Da sitzen schon wieder zwei Stück. Ich brauche nicht. Ah, da kommt der Özer. Wir ballern mal gleich drei Leute. Ja. Boah, schon wieder. Was war das denn jetzt? Mit was hat mich jetzt getötet? Das Teil oben kommt gar nicht mehr hinterher. Jetzt steht da erst Raketen-Atalerie. Schon wieder Raketen-Atalerie. HE. Und noch eine HE. Keinen gekriegt. Scheiße. Flash hoch. Nach links. Vorsicht. Ich bin durch. Bin hoch. Schon am Laufen. Versuche dir zu folgen. Jawohl. Ach, schade. Wieder Platz 1. Perfekt. Bis gleich. So, und da sind wir auch wieder zurück. Beste Map des ganzen Sch***es. So, jetzt gehe ich aber wieder auf den Speer. Aber zwei gegen zwei still. Und alle wieder vom Surfer abholen. Alle vom Surfer weg. Ja Leute, ich nehme das trotzdem jetzt auf. Das ist... Traurig. Traurig, aber wahr halt. Also wenn ich einen Surfer hätte, würde ich die Map rausnehmen. Weil das macht die... Absoluter. Spielfluss kaputt des Servers. Also ich kann jedem nur empfehlen, der einen Server hat vom Metal auf vorne. Leute, mach den Scheiß aus. Äh, ruckel. Ach nee, ich werde von blockt. Ich habe dich nicht geblockt. Bin an dir ganz normal vorbeigelaufen. Wie sie direkt anfangen zu stippern hier. Das gibt's doch nicht, Alter. Nee, warte. Ich snipe euch auch. Und erstens kill. Denkst du, so ein Rakenwerfer tut mir was? Und dann kommt der nächste Snipe. Zwei weggefrackt. Einer ist oben auf der Bucke. Links von dir sind noch welche. Verlieren mittleren Vektor. Also beide auf dem mittleren Vektor drauf. Ach scheiße, hätte ich noch nicht die andere Waffe für nehmen dürfen. So eine Scheiße. Kacke, zu früh geswitcht auf. Schrot. In zwei, in eins. Da. Flash, vorsichtig, Andy. Ist down. Vorsicht, da liegt's. Genau. Na, ich hab nichts gesehen. Ich hab mich selber geflasht. Oh ne Dreckskacke. Boah, ich rock's dir alle weg. Ja, ey. Er kommt sofort rum und drückt mir ein. Sofort. Mann. Kleines Pille-Mann-Bruno-Gesicht. Ah. Lass mich jetzt spawnen, verdammt. Dort ist verloren.